Im Katalog der UB können wir Leselisten erstellen, die wir auch mit anderen teilen können. Diese können dann zum Beispiel in Lehrveranstaltungen, im Moodle oder als private Merkliste in Literaturverwaltungsprogrammen verwendet werden. Für den vollen Umfang müssen wir auf der Seite ub.uni-leipzig.de in unser Bibliothekskonto eingeloggt sein. In der Trefferliste können wir dann direkt über den Stern mit dem Erstellen starten. Wir können eine bereits erstellte Liste als Speicherort auswählen oder eine neue Liste erstellen. Die Liste bekommt einen Namen und wenn wir möchten auch eine Beschreibung. Für jede Liste kann ausgewählt werden, ob diese öffentlich verfügbar ist oder nur privat. Listen können mit anderen geteilt werden. Neue Quellen können wir einfach zur ausgewählten Liste speichern und weitere Titel für die Sammlung hinzufügen. Über Konto und dann Favoriten können wir uns die Liste anzeigen lassen und diese via E-Mail versenden oder in Formaten für beispielsweise Literaturverwaltung exportieren. Öffentliche Listen können wir auch direkt per Link teilen. linesaturverwaltung Anzeigen ler As setting Ein Helio Bleint S Vielen Dank.